Und damit Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einem neuen Zelda-Let's Play! Der Legend of Zelda Spirit Tracks! Äh, äh, alles erstmal kaputt, äh, was zum... Das darf nicht wahr sein. Das fängt ja gut an. Ich hab Angst. Ach du Scheiße. Äh, stopp! Na klar, ey! Ich erinnere dich hiermit zum Lokführer. Diene diesem Land und seinen Bürgern mit Fleiß. Und wacke es dir ja nicht zu streiken. Merkt man irgendwie. Njong, njong, njong. Oh, Geld. Nein, zu gierig, Link, zu gierig. Na, wie er geschrien hat. Njong. Ja. Was soll ich jetzt machen? Ah! Nein! Voll Scheiße, ey. Ja, klar! Game over! Seid da los! Was zum... Nein, was zum... Ey, ich wollte sie überhaupt nicht schlagen. Wie Scheiße, warum mag ich sie denn jetzt nicht schlagen? Oder hat sie den fallen lassen, weil sie sich erschreckt hat? Wie Scheiße, ey! Was geht's? Alter, das darf nicht wahr sein! Ganz kurz so weggekickt. Okay, Leute, wartet. Bleib mal ganz ruhig. Tschüss, Mann! Was ist daneben? Komm schon! Hops! Der darf nicht wahr sein! Der darf nicht wahr sein! Es ist entwischt! Nicht touching hier! Rüste den Scheiß aus! Was ist passiert? Mann, ey! Das kommt schon! Nicht schlagen! Ich hab nicht den Schlagknopf gedrückt. Oh, stimmt ja. Schlagen, rollen und Dings ist ja alles eins. Tatschen! Oh, schneller, Zelda! Schneller! Voll antreiben wie so ein Pferd! Los, schneller, Zelda! Noch ein bisschen! Wieso? Wieso hat der mich jetzt gesehen? Hat der mich gehört, oder was? Oh, nur weil ich hier rumgeschrien hab. K-ching! Nein! Was zur Hölle? Das sollte nicht passieren. Oh, das sollte auch nicht passieren. Nein, da war ein Link! Ach. Ja, ist klar! Was? Oh, oh. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Fahr! Schnell! Schnell, Mann! Ey, das darf nicht wahr sein, ey! Diese Züge sind so am nerven, Mann. Ich hasse diese Dinger. Oh, mein Gott, Mann. Das ist ein... Nein, du crazy! So, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt da rüberkomme. Oh, da ist einer. Danke, Mann! Ey! So. Ey, was zum... Ich war losgelassen, ganz komisch. So. Was verfolgt in dem Baum? Nein, nicht da lang. Oh, shit! Ey, das ist... Ey, Mann! Es tut mir so leid. Dumm, bum, bum, bum. Upsala! Oh, ho, ho. Alter, das ist auch richtig sauer. Aber irgendwann, was passiert, wenn ich jetzt nicht troffen werde, ob er dann echt reißausnimmt. Ich will halt diesen Porta noch aktivieren, das kann nicht schaden. Und ich werde... Hey, voll ist gefährlich! Alter! So, das war's. Nein, jetzt ist das gefährlich. Anhalten, sage ich. Und schon sofort! Jetzt ist er ausgestiegen. Einfach ausgestiegen. Soll, willst du mal versuchen? Nö. Wow! Alter! Voll runtergeschubst! Verdammt! Ich bin gleich tot! Jetzt schaffe ich aber noch. Los, komm! Nein! Roll dich! Ey! Mann! Kurz vorm Ende verkackt! Kommt jetzt mein Trank? Ich hoffe... Wo ist mein Trank? Ich hab... Oh, Gott sei Dank, Alter! Let's it go! Bum, 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 bum. Was ist denn los mit diesem Hasen? Dieses verrückte Canickel. Nein, komm! Na, komm! Äh... Ey, dieses scheiß, Kaninchen, ey. Mann, ey. Diese nervige Scheiße mit diesen... Dummen Dingern. So kommen hier so ernst dumm an und ballern hier rum. Nervig, nervig. Langweilig, doof, ätzend. schlecht programmiert man so erinnert hat sich neu geschossen was wirst du dazu lappen so kurz in die kleine ecke fahren oder mann die geile zu zweit noch ein bisschen noch ein stück los da muss ich jetzt echt sagen das war schon gerade episch oder muss ich verstehen Untertitelung des ZDF, 2020